so hallo liebe leute heute wird es mal von mir ein video zu bloodbau legendary edition geben das gab es diese woche im humble bundle mit noch ein paar anderen spielen und bis jetzt glaube ich dass ich aber das was mich am meisten interessiert und zwar erst mal das spiel das spiel im alten warhammer universum also nicht warhammer 40k sondern mittelalterlicher warhammer dementsprechende rassen gibt es auch am besten erkläre ich euch alles wenn es losgeht und zwar geht es hier um ein ja irgendwie sportspiel ich will mal kein einzel match machen so eine kampagne beginnen weil das ist glaube ich das auch was man so hauptsächlich macht hier geht es darum dass man einzelne spiele spielt das finde ich nicht so toll ich finde das ist ein deutlich besserer storymodus deswegen manchmal eine neue kampagne das ganze hat eine brettspiel vorlage die schon in 80er jahren rausgekommen ist die kenne ich allerdings gar nicht deswegen hat man sehr viele schwierigkeiten die regeln zu verstehen wenn ihr das brettspiel kennt und keine neuen sachen dazu haben wollte das brettspiel sozusagen auf dem video spielen wollt dann solltet ihr den klassischen modus spielen ich habe den blitzmodus besser da gibt es ein paar neue regeln ich habe bis jetzt auf einfach gespielt kann man vielleicht noch mal kurz zurückgehen und laden guck gerade mal ob beide meine kampagnen bis jetzt auf einfach sind schwierig kann es noch mal nein die habe ich sogar auf normal gespielt sehr interessant weil ich habe noch einmal chaos gespielt die habe ich vielleicht gespielt deswegen sind wir auch schon so hoch im ranking aber die habe ich sogar auf normal gespielt und die sind ungefähr an der gleichen stelle aber die haben deutlich mehr gewonnen okay so also eine kampagne beginnen blitz ich werde mal auf normal lassen ich nehme mal aufnahme auch mit großen u ist egal hier könnte ich noch auf echtzeit wechseln aber soweit ich das überall gelesen habe ist echt ziemlich bla und weil es hat nun was rundenstrategie spiel vor allem kann man in echtzeit pausieren und den spielern befehle zu geben ich weiß nicht da kann ich auch rundenbasiert spielen ganz normal so hier seht ihr jetzt die auswahl des teams beziehungsweise der rasse für das team weil ich weiß gibt von jeder rasse immer nur ein team da haben wir die amazon die sind relativ flink und sonst durchschnittlich in allem bis auf die rüstung die ist unterdurchschnittlich wie unschwer zu erkennen ist also erstmal ist ich lade vielleicht doch erstmal was anderes egal ich erkläre das dann was es bedeutet so chaos die ich schon gespielt habe die sind generell in rüstung sehr gut zumindest diese chaos krieger und die haben noch tier menschen die sind auch in allem durchschnittlich würde ich sagen nicht besonders schnell sie sind ein bisschen langsamer können aber dafür trotzdem noch relativ viele gute würfe machen dass sie geschicklichkeit 3 fast alle haben dunkelölfen ja geschicklichkeit sachen können gut ausweichen können weit laufen aber wenn sie auf körperkontakt geht haben sie ein problem aber dafür ein paar fiese tricks wie leute abstechen mit versteckten klingen und sowas so echsenmenschen die sind sehr interessanter die haben ein mix aus solchen riesenviechern und ganz klein ganz klein wieso wieso eidechsen die extrem schnell sind und weit laufen können während die riesen viel halt alles weg blocken können allerdings haben die hat nichts dazwischen das ist sehr speziell zu spielen die taktik so haben wir noch mal helfen geschicklichkeit und so die spielen sehr auf passspiel es gibt so zwei taktik also entweder man geht mehr auf auf dass ich um spiele den gegner macht passspiel und spiel so ganz schnell wie ein konter aus der hinteren reihen an der verteidigung vorbei oder drüber zu meinen leuten die dann als touchstone hinrennen weil das ist ein rugby american football variante das gleiche gilt halt für die dunkelölfen auch immer wenn ich um geschicklichkeit sachen rede dann geht es darum dass sie das passspiel bevorzugen das chaos zum beispiel ist eher ich nehme einmal den ball auf und dann schmeiße habe ich einfach alles aus dem weg und lauf durch mit der zeit also die sind jetzt nicht so super schnell aber auch nicht die langsamsten also die können auch schon mal gegen gegen noch langsamere teams können sie auch schon mal das ob sich auspacken nur passspiel ist ein bisschen schwierig bei denen auch wenn sie geschicklichkeit 3 goblins dieses ist eigentlich so ein just for fun team weil die sind alle kleinwüchsig und kleinwüchsler du wirst schneller verletzt und ja die können aber wie ihr schon seht mit bomben und so einen quatsch rumwerfen und mit pogo sticks rumspringen und so die sind einfach nur lustig halblinge das gleiche wie die goblins nur ohne ihre coolen waffen also wirklich nur bläh das einzige was die gut können ist die können gut kochen was sie selber motiviert hochelfen das gleiche wie für die normalen elfen meines wissens camry das sind glaube ich die die am meisten bashen können die haben unglaublich hohe rüstungswerte die haben alle rüstungswerte von 9 oder höher was das noch genau bedeutet erkläre ich dann mal ähm sind aber unglaublich langsam wir sind halt einfach so älte ägyptische mumien menschen so jack of all trades die sind bei allen ein bisschen gut je nachdem welches gegnerteam sie grad haben gegen sachen wie elfen können sie schon mal ein bisschen wegbashen oder scarven die kommen später noch aber sie können auch ganz gut passen und sowas die sind in allem durchschnittlich dementsprechend auch nix richtig schlicht nekromanten ja mit denen weiß ich nicht so richtig was anzufangen die tun hier mit solchen werwölfen tiermenschen und skeletten anfangen haben glaube ich mit geschwindigkeit nicht so dolle ach quatsch ne die fangen gar nicht mit skeletten an die fangen mit zombies und sowas an die sind relativ langsam das ist das problem so notmänner bisschen wie menschen aber ein bisschen besser gepanzert und ich glaube dafür ein tick langsamer nörgel die hab ich nicht gespielt ähm kann ich nicht so viel drüber sagen aber ich glaube die sind genauso wie die camry eher zum wegklatschen oger dumm wie brot aber wenn sie das problem ist sprich man muss immer zum runden beginn würfeln ob derjenige jetzt gerade im dummkopf modus sozusagen verfällt wo er nix machen kann und auch keine tacklezone hat was das erkläre ich alles später noch orcs äh ähnlich wie die menschen von allem bisschen gut sehen aber halt anders aus skaven die hatte ich vorhin angesprochen das sind so ratten menschen die extrem stark mutieren können weil sie hier mit irgendwelchen chaos elementen sozusagen rumexperimentieren in der kanalisation leben unglaublich schnell relativ geschickt aber müssen halt darauf vertrauen dass sie schneller sind als der gegner sonst haben sie ein problem also wenn sie eingekesselt werden vom Gegner kann man knicken wird das nix mehr so die untoten sind das mit den skeletten die quasi nie den ball aufnehmen können weil die unglaublich schlechten geschichtlichkeitswert was ziemlich wichtig beim ball aufheben das problem ist immer wenn irgendwas schief geht richtig dann ist der gegner wieder dran also dann beendet man seinen zug vampire die habe ich nur einmal zwei runden ausprobiert und dachte mir das ist nix für mich weil die hauptspieler von denen müssen regelmäßig von ihren ghoulen die da mitspielen irgendwie blut trinken und ich habe nicht verstanden wie das geht keine ahnung wie sie spielen so richtig waldelfen irgendwie wie alle elfen geschickt und so und zwerge unglaublich langsam aber haben viele fähigkeiten und können ganz gut weg klatschen die gegner ja so ähm ich will jetzt mal chaos spielen weil die so relativ allround sind mit bisschen weg bisschen bashy team was ihr übrigens hier oben durchlaufen seht das sind so ergebnisse dead kings mein anderes chaos team hab ich halt 2 zu 0 gewonnen ähm da sind wir mal unkreativ äh wenn wir uns noch tippen können living chaos so wenn ich jetzt hier habe ich jetzt sozusagen der der kampagnen bildschirm ich glaube für eine saison so wenig richtig verstanden habe ja für eine saison ich glaube ich kann mehr als eine saison mit dem team spielen wenn sie sich gerade erstellt so erstmal erst habe ich nur den zu aussagen weil bei anderen ist irgendwie ab 20 prestige oder ab 80 prestige oder ab 2 spiel tagen so und deswegen kann ich momentan nur den clean cup nehmen wo alle mal die noob hellen sozusagen äh die noob teams hier kommen ja ich möchte spieler kaufen so jetzt habe ich hier minus taurus das ist kann ich mal zeigen ein übles riesen vieh ne hat aber so ein paar probleme oh ich kann es sogar noch ändern hier wusste ich gar nicht fluffy körper aha kann noch ein bisschen ändern keine ahnung sieht jetzt nicht so viel anders aus für mich ähm hier oben seht ihr was er schon von anfang an sozusagen für boni hat ähm das was game bekannt ist sind eher nachteile robust heißt ja er geht halt fast nicht ko knochenbrecher er macht viel aua hörner er kann bei bestimmten aktionen mehr austeilen und rasend heißt er kann zweimal angreifen hintereinander wenn er einen gegen wegschiebt ich könnte hier sogar noch irgendwas rum ändern und so ja das gehört sogar zur legendary edition die ich habe ich werde mit tier menschen und chaos krieger anfangen chaos krieger sind hier die viecher wobei die kann irgendwie der helm sieht scheiße aus der sieht viel besser aus kann ich hier bei der rüstung auch noch irgendwas machen sieht doch viel viel besser aus handschuhe so 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 schuhe voll sieht viel geiler aus ja egal ähm und tier menschen das sind halt solche keine ahnung wie korrekt heißen ähm halb ziege halb mensch da gibt es einen namen für satyr genau die satyr sind das die ich hier habe was ihr hier oben seht ist wenn ich auflevel was so was so ähm meine fähigkeiten sind die ich bekommen kann und die ich die ich in boni drauf bekomme dann seht ihr erstmal durch das chaos team kann ich mutieren Mutationen würde ich gerne mal sehen wenigstens ähm weil Mutationen doch relativ ich kann sie sogar umbenennen sehr gut ähm relativ relativ viel bringen können dass man dann zum Beispiel den zweiten arm kriegt oder einen zweiten kopf so wir fangen mal an zwei chaos krieger den rest füge ich mit tier menschen auf chaos krieger müssen wir vorne zum blocken erstmal das problem ist aber die haben noch keine blockfähigkeit ich brauche mindestens elf spieler so jetzt brauche ich auf jeden Fall wiederholungswürfel ähm das bedeutet ich habe dann würfel die ich werfen kann um nochmal sozusagen ähm einen verpatzten wurf zu probieren ich nehme wahrscheinlich sogar glatt vier äh fanfockt das glaube ich erstmal na ich brauche noch einen sani deswegen kann ich nur drei wiederholungswürfel nehmen einen sani würde ich gerne dabei haben falls meine leute k.o. gehen so pfff so entscheidend hier denn das weiß nicht wo was das bringt was ich hier unterschiedliche auswähle kann ich mal den chaos gift shop nehmen wenn ich schon chaos spiele hier muss ich irgendwie mindestens die beiden ausfählen um einen vertrag zu bekommen das habe ich schon ausprobiert vorhergesagt die siege für die kommende saison 10 hundert 100 weiß nicht über 100 spiele macht ich glaube nicht 10 schafft weil die eine ahnung kann ja mal das so ähm vertrag unterzeichnen so jetzt habe ich hier ein team werte von 1000 das ist immer so kann mein team in 3d anzeigen ja so sieht es ungefähr aus meine zwei chaos krieger und den rest mit tiermenschen aufgefüllt so matches achso ich weiß nicht gegen wen ich spiele weil ich mir das aussuchen darf entweder darf ich gegen die zwerge spielen oder gegen die orcs die zwerge sind schön langsam ich glaube ich nehme die zuerst bereit zum match so jetzt bekomme ich hier weil die eine 1300 also 1300 wertung haben bekomme ich 300.000 gold zum ausgleich also für drei pro punkt 1000 gold was ich davon machen werde auf jeden fall eine bestechung kaufen wahrscheinlich sogar zwei und ein zusätzliches training das heißt ich bekomme noch einen wiederholungswurf mehr habe ich dann viele wiederholungswürfe erweiterungsergebnisse der hat bloß versucht einen stärketrank zu kriegen und das hat nicht funktioniert und hier sehe ich ich habe einen zusätzlichen wiederholungswurf und ich habe wahrscheinlich zwei bestechungsversuche da kann ich fouls begehen ohne die gefahr einzugehen meinen zug zu beenden weil ich erwischt werde und das ist ganz günstig gerade gegen zwerge wenn die einmal auf dem boden liegen muss man ein bisschen ausnutzen nochmal zutreten dann kommt nach rechts dann kommt nach rechts